grüß euch, Matejra hier. Wie wahrscheinlich sehr viele von euch auch, habe ich mir heute das europameisterschaftsfinale angeschaut. Ja, in einem lokal und wie sie das gehört, ein Bier pro halbzeit. Die pause zählt natürlich auch als halbzeit. Deswegen, falls ihr jetzt am blödsinn sagt, irgendwie bei der beschreibung müsst ihr wissen, das kommt daher. Ja, ich werde vorstellen jetzt, also vorstellen, vorgestellt werden sie eh für uns. Die Heldin Asche, der Held Asche, was auch immer, und ein Kostüm von Sobek, dabei auch eins von Ahotep dabei. Also über die neuen Helden werde ich sprechen. Kurz wenn wir schauen auf die Turnier-Defte aufgestellt habe, auch wenn das für viele schon spät sein wird, aber es ist eh, um ehrlich zu sein, ist es oft mehr oder weniger dasselbe. Ja, zuallererst schauen wir kurz in unseren Krieg. Warum? Weil wir die Kriegskiste abholen. Ich erhofft mir da natürlich ganz besonders an tollem Loot. Wir sind schon seit längerem, ich glaube, das war jetzt der sechste Krieg, in dem wir ganz, ganz stark dezimiert sind. Nur mehr die Überbleibsel an Spielern, die halt nicht ganz sicher sind, wo sie jetzt weiter hingehen. Aber ich sage mal kurz, dadurch, dass die Kriegskiste jetzt voll ist, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt auch bald uns was Neues suchen. Also das Ergebnis ist jetzt nicht, dass man die Devs, wenn es euch das anschaut, ja, eh ganz okay, aber halt einerseits nicht einheitlich, andererseits natürlich schon ausbaufähig, wenn man bedenkt, dass jetzt alle von unserer Allianz von einem doch ein bisschen höheren Niveausauger bekommen. Und dadurch geht das ziemlich klar aus. Und dadurch haben wir die Truhe mit einem Streich füllen können, fünf Kriege. Und die Truhe ist voll, hoffentlich bringt es was. Da haben wir nichts, hohe Stiefel und Schwertscheide. Oh, Trainer-Truppe ist ganz fein. Ja. Ginge natürlich deutlich besser, aber was soll's? Immerhin ist es schnell gegangen, wie gesagt, zweieinhalb Wochen und sie war voll. So, da, die Monsterkiste muss warten, jetzt geht's um die neuen Helden. Schauen wir uns zuerst die Kostüme an und jetzt völlig, ohne dass ich mir jetzt überlegt hab, sagen wir als ersten Vier-Stern-Helden, Ahotep. Wie die Saison 5 rausgekommen ist, die Dünen-Saison, hab ich das Gefühl gehabt, eigentlich alle diese Vier-Stern-Helden, die drin sind, haben was für sich. Also sagen, ich rede jetzt immer, wenn ich so kann, haben was für sich, damit man jetzt immer die Vier-Stern-Umgebung, also vor allem Turniere, die ich ja sehr gern spiele. Und jeder einzelne davon, ja, war bei Scoratek vielleicht weniger, der ist, hat sich als doch nicht allzu stark herausgestellt. Aber sonst, Asmia, Dolemi, Tsunade und eben, Ahotep, haben einen guten Eindruck gemacht. Und zu dem Zeitpunkt war es aber bei mir so, dass ich keine Ressourcen gehabt hab, irgendwie hab da halt laufend Fünf-Stern-Helden gekriegt und so und hab keinen dieser Vier-Stern-Helden dann wirklich schnell raufgebracht. Und teilweise, ich sag, Asmia hat schon viel Spiel gesehen, viel Spielzeit, aber bei den anderen ist es so, dass sie in Wahrheit, also ich hab gut ohne sie können und ich hab sie auch nicht allzu oft in Turnieren gesehen, in den Devs oder in Videos von anderen. Also das hat, glaube ich, im Nachhinein passt. Jetzt schauen wir aber bei diesen Season-Fünf-Kostümen ist es aber interessant, dass da verglichen mit anderen Kostümen, die rauskommen sind, sehr wohl einmal da dieses Passiv auch gestärkt worden ist. Ähnlich wie, genauso wie halt bei den Fünf-Stern-Helden. Das kann da schon einen höheren, relativen Ausschlag geben, verglichen mit den Fünf-Stern-Helden, weil ja Vier-Stern-Helden ganz allgemein viel schwächere Prozentwerte in den Specials haben. Und da ist aber derselbe Prozentsatz drin. Und wenn man sich das anschaut, jetzt bis zu dreimal kann dieses Special ausgeführt werden. Schauen wir uns an, 60% Wahrscheinlichkeit verursacht 70% Schaden. Also es ist relativ wahrscheinlich, dass das, ich hab's vorher nicht ausgerechnet, ich hoffe, das schaff jetzt. 0,4 hoch 3 brauchen wir da rechnen. Das heißt, das sind 6,4%, dass es nicht zum Zug kommt. Umgekehrt, anders betrachtet, zu 93,6% wird diese Spezialfähigkeit, also dieses Passiv ausgelöst werden, wenn Ahotep auslöst. Und das ändert schon einiges, weil einerseits entfernt den neuesten Entfernbaren-Bonus von allen Gegnern. Das ist immer was Gutes. Und andererseits sind es 70%, so wenig das allgemein betrachtet wäre, ist es halt im 4-Stern oder falls das irgendwann auf 3-Stern ausgeweitet wird, ist es da im Verhältnis mehr wert als bei 5-Stern-Helden. Zusätzlich kann das natürlich öfter, ich hab jetzt nur gesagt zu 93,6% wird es zumindest einmal ausgelöst. Es kann aber auch passieren, dass das dreimal ausgelöst wird und dann werden halt so ziemlich alle Boni von den Gegnern entfernt werden. Also der Teil vom Special ist auf alle Fälle, oder das Passiv, das vom Special ausgelöst wird, der ist deutlich gestärkt worden. Jetzt schauen wir da auf dieses zweite neue Passiv-Mana bei Addit in einer negativen Statusänderung. Dieser Charakter erhält 5% Mana und so weiter, wenn er eine negative Statusänderung oder einen negativen Status-Stapler hält. Im Angriff finde ich relativ schwer, dass das relativ schwer planbar ist. Deswegen für mich selbst bewerte ich das nicht übermäßig hoch. Generell kannst du natürlich immer wieder mal einen entscheidenden Unterschied machen. Und wenn A-Hot-App in der DEF ist, wird das öfter für einen Unterschied sorgen. Ich mag das nicht, wenn man das Bild nicht sieht, deshalb wieder raus. Und jetzt gehen wir rein, was hat sich am Special an sich verändert, oder am Helden an sich. Klasse, würde ich sagen, ist ähnlich gut geblieben. Das sind einfach zwei gute Klassen, sowohl Schurken. Wie gesagt, ich betrachte es jetzt hauptsächlich aus Sicht für Turniere. Theoretisch, wenn jemand einen sehr kleinen Account hat oder jetzt noch nicht so lange spielt und an 4-Stern-Helden für normale Kriege braucht, dann kann man das vielleicht ähnlich bewerten. Also Kämpfer sehr gut natürlich. Jetzt haben wir da verstärkte Regeneration, das ist relativ selten. Deswegen ließe ich es jetzt mal durch. Zu Beginn jedes Kampf feststellt, dieser hält 6 Züge lang 300 verstärktes Leben wieder her. Ja, extra fein, dass es verstärkt ist. Deswegen wird es sehr oft, wenn er eben in der DEF steht, am Anfang für ein bisschen Überheilung sorgen. Wie hat es jetzt das Special geändert bisher? 340% Schaden aufs Ziel und geringer Schaden auf die Nachbarn, also 170. Das ist ein bisschen höher jetzt. Umgekehrt ist diese, wenn die Kondition zutrifft, dass das Ziel zerstört wird in den nächsten drei Zügen, hat man bisher 20% Mana kriegt, in Zukunft 15%. Ich sage einmal, der Teil sollte ähnlich gut bleiben. Natürlich, das muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt verabsäumt, dass ich jetzt berechnet habe, ob das jetzt einen praktischen Unterschied macht, wenn ich zum Beispiel mit schnellen Helden angreife, ob dann, ich weiß nicht, sieben Steine reichen oder nicht. Sieben Steine reichen wahrscheinlich in beiden Fällen, wenn ihr jetzt so jetzt kurz überlegt, ist sogar sicher. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht berechnet. Ich glaube, dass der Unterschied nicht so riesig sein wird. Generell betrachtet ihn eigentlich als eher gefährlich oder eher kurz sogar in der DEF mit dieser Fähigkeit, weil ich glaube, dass man es im Angriff gar nicht, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch sage, ich habe ja nicht gespielt, aber im Angriff ist es halt so, wenn ich an so einen Helden, der Schaden macht, einsetze, dann habe ich normalerweise mehrere Helden von der Ort dabei, von dieser Farbe und die ungefähr gleichzeitig geladen sind. Das sollte jetzt ja genauso machen, das ist effektiv im Kampf. Dann wird sehr oft diese Fähigkeit auslösen. Also diese 20% Mana werden oft zum Zug kommen. Die Sache ist nur zu dem Zeitpunkt, wenn das passiert ist, dass die mittelschnellen Helden der Hauptfarbe ausgelöst haben, wird man sehr oft schon das Entscheidende erreicht haben und ist die Frage, wie viel das Mana dann noch bringt. Man wird es fast immer irgendwie erzeugen können, das Mana, wenn man das Team halt entsprechend ausrichtet. Ich glaube, dass 20, 15% in dem Fall im Angriff kann so großen Unterschied machen, weil das bedeutet einfach ganz generell im 4-Stein-Bereich, ja, ein mittelschnell erhält wird, kann er 10 mehr, sondern 9 Steine brauchen. Ob er dann, so wie bei 20% würde, er tatsächlich auch nur brauchen, aber das ist dann kein so großer Unterschied mehr von 8 auf 9. Ja, und an schnellen Helden wird man nicht auf 6 Steine bringen, wo der große Unterschied da war. Deswegen, ja, in der DEV, wissen wir schon, kann natürlich jedes einzelne Prozent an Unterschied machen und dementsprechend, ja, einerseits ist es schon schwächer, dass da nur 15% gelten. Ich glaube aber schon, dass insgesamt das Kostüm auch einiges hat, das für das Kostüm spricht. Jetzt schau ich gerade die Werteverteilung her, okay, ein bisschen, ja, was den Schaden betrifft, ist in Wahrheit, das Kostüm hat ja, wenn der schaut, mehr Schild, weniger Schwert, das heißt, der Schaden vom Special wird tatsächlich ungefähr gleich hoch sein, also gar nicht so viel unterschiedlich. Also, ich sage einmal, aus meiner Sicht ist diese Alpha Power verstärkte Regeneration deutlich besser als Wiederbeleben. Auch wenn das am Anfang als besonders stark eingeschätzt worden ist, ich halte von Wiederbeleben nicht allzu viel. Das wirkt nur vier Runden und dann wird der Held wiederbleibt mit 1% Lebenspunkten, der ist sowieso gleich wieder tot. Diese Alpha Power ist für die stärker Verteilung, ja, je nachdem, ganz generell empfinden, aber schon mit diesen Fähigkeiten, weil ich sage, was besser ist, natürlich, wenn man das Kostüm gezogen hat, dann gilt natürlich das Ganze, dieses Passiv und Dreifach und so weiter gilt auch für die normale Version. Das ist, glaube ich, gar kein so unentscheidender Aspekt an dem Special. Gerade entfernt den neuesten, entfernt den Bonus von allen Gegnern, gerade jetzt zum Beispiel, wo wir Bonusbooster haben. Also, ich glaube schon, dass Ahotep mit Kostümbonus jetzt, auch wenn der nicht allzu hoch ist, 2,24%, aber mit diesen neuen Passiva und halt mit ganz allgemein, so wie ausschaut, für Turniere kein schlechter Heldes. Ich selbst werde da jetzt nicht beschwören. Das habe ich jetzt vorgegriffen, bevor ich Sobek angeschaut habe, weil mich ganz allgemein da nicht so viele Helden aus der Saison interessieren. Ich aber zwei einfach zwar nur, aber immerhin einfach geprägt der Kuhfuß habe und da irgendwie vielleicht darauf spitzvoll ist, dass wieder so ein maximal Schadensheld wird, ja, das ist doch vielleicht beschwört. Gut, also jetzt zu Sobek. Jetzt schauen wir wieder von der normalen Variante. Ganz wie er frisch rausgekommen ist. Vor zwei Jahren ist das ja ein bisschen über zwei Jahre, würde ich schätzen. Ich hoffe, das stimmt jetzt da. Sollte ungefähr so März 2022 gewesen sein, wenn ich mich nicht enttäusche, war ja einer der Helden, die am allermeisten Schaden zugefügt haben. Natürlich, wir haben so viel jetzt erlebt, es gibt immer wieder laufend neue Helden, aber man muss zugestehen, dass jetzt mal scheint sich, also zugestehen, das ist natürlich, sie wollen neuen Helden verkaufen, also deswegen ist es nicht verwunderlich, dass sie sich bemühen, dass der Held wieder spannend wird. Damals hat es gereicht, 290% Schaden auf alle, mit ab und zu dieser Passivfähigkeit, 70% dazu und Sandschaden, das hat gereicht, damals, dass man fast Angst gehabt hat, wenn es Sobek vor allem in der TV ausgelöst hat. Natürlich Donau, umgeht Defensivboni, das bleibt jetzt gleich im Kostüm, umgeht Defensivboni, ja. Aber alles andere ist schon ziemlich gestärkt worden und ja, schauen wir mal, wie sehr, als ob das ausreicht. Die Stats sind gar nicht so, ich wollte sagen, angriffslastig, hauptsächlich sind sie lebenspunktelastig, wenn ich mir das so anschaue. Gefällt mir eigentlich nicht besonders, aber im Verhältnis, also im Vergleich zu Schild ist natürlich schön, dass es mehr Schwert ist. 280% Schaden, vorher waren es 290, mit nur ein bisschen mehr Angriff, ja, aber dafür unten, alle Gegner leiden, 636 Blutungsschaden über 4 Züge. Ähm, ich bin kein großer Freund von schwachen Tots und das ist ein wirklich schwacher Tots, also 636 über 4 Züge sind 100, was, 108, äh, Blödsinn, 109, also 159 sind das pro Zug, auch wenn das ein bisschen steigt, es natürlich immer mit der Truppe, aber kommt es halt auf irgendwas 180 pro Zug. Das ist für Helden, die so viel aushalten, wie inzwischen die, in der DEF, zumindest das der Fall ist, ist das nicht viel. In Summe wird es trotzdem ähnlich für Wert sein, weil es steht da und geht Defensivboni, ja, es umgeht aber nicht für diesen Tod, dass das Ziel, also dass der Gegner dann passiert ist, kein Ziel von negativen Statusveränderungen werden kann und wir wissen, dass das relativ viele Helden betrifft. Umgekehrt ganz aktuell vielleicht gar nicht, es ist ein bisschen im Abnehmen, das hängt natürlich immer ein bisschen damit zusammen, welche Denks gerade gespielt werden und wenn jetzt alles mehr Richtung Dior Can geht und dazwischen war es Richtung Nautica, dann ist das natürlich weniger auf der Fall, als wenn gerade mehr Odiles und mehr Hathos gespielt werden. Generell, sage ich mal, ist das ein bisschen mehr wert, als der Mehrschaden, also deutlich mehr wert, als der Mehrschaden, aber ich würde es jetzt nicht überbewerten, den Anteil. Was aber sehr wohl was wert ist, ist, wenn man sich anschaut, die Klasse und die Alpha Bauer, das war vorher unspektakulärer Magier, mit Verteidigung verstärkt, nicht, dass das jetzt extra schlecht wäre, aber das harmoniert halt nicht so gut mit dem Schaden und jetzt haben wir einerseits den schon relativ mächtigen Schurken und mit Angriffsverstärkung, also Angriffsverstärkung wisst ihr, plus 20% da unten sind 300% Schaden. Jetzt kommt aber noch was, das könnte man übersehen, jetzt steht da Passiv. Das erste Mal, wenn dieser Charakter eine schadenverursachende Spezialfähigkeit wirkt, wird die Stärke um zusätzlich 50% erhöht. Jetzt sind wir also bei 350 bei der ersten Anwendung, ja, aber die erste ist ja die eine wichtige, die entscheidend ist. Wenn er hält, öfter auslöst, ja, schön für ihn und schön fürs Ergebnis von demjenigen, deren Steier, da war ganz wichtig, ist, dass die erste Auslösung stark ist. Mit 350% auf alle, mit nicht ganz, aber fast aktuellen Stats, zur Erinnerung aktuell wird bedeuten, ungefähr Teamstärke 1024 bei voll aufgelevelt. Ja, der haut ordentlich zu und geht defensiv, Bohnen. Ich habe erst vor kurzem gehabt, eine Frage offline und ich habe es nicht sicher beantworten können und wäre sogar falsch gelegen und zwar, ob dieses umgeht, Defensiv-Bohnen, ob das auch Steinhaut und, wie nennt sie sich, die Neue-Gaguel-Haut, Weichhaut genau, umschließt und ich war mir einfach nicht sicher, habe sogar glaubt eher, dass es nicht beinhaltet ist. Tatsächlich ist es so. Ich habe nämlich, ich glaube, ich habe keine Helden, die das machen, aktiv und geht Defensiv-Bohnen. Kann sein, dass ich mich jetzt täuscht, dass ich das bei wem nicht beachtet habe, aber ich war da falsch, ja, es habe eine falsche Vermutung gehabt, tatsächlich, die Defensiv-Bohnen umgehen auch Steinhaut und die sieht man jetzt doch immer öfter, also nicht nur bei Pop-Hit, ist ein anderer Held nah, die Steinhaut haben, in dem Fall Weichhaut, Entschuldigung, aber Steinhaut, tatsächlich gibt es natürlich nicht mehr so viele Kalio in Russia. Also sowohl ein Vorteil, jetzt haben wir da als dreifach passiv, gleich wie vorher, eine 60-prozentige Chance, dass 70% Schaden verursacht werden und alle Gegner leiden 438 Sandschaden über drei Züge. Andererseits, ja, es bleiben die gleichen 93,6%, dass es zumindest einmal zugefügt wird, das Ganze, dieses Passiv, also ausgeübt wird. Dieser Sandschaden wird aber natürlich nicht gesteckt, das heißt, der kann auch, wenn das dreimal passiert und bei 60% Einzelschance wird es öfters zweimal, manchmal dreimal passieren, da bleibt der Sandschaden bei 438 über drei Züge. Ist aber nicht so wenig, das ist vergleichbar mit dem 636 für vier Züge, das steckt untereinander und in Summe würde ich sagen, dass Sobek schon richtig viel Schaden macht. Richtig viel, aber so viel, also nicht so viel, dass ich jetzt der Meinung bin, dass ich mich jetzt darum bemühen müsste, Sobek zu ziehen. Also ich jetzt bin sowieso im Moment, wo ich jetzt aktuell nichts ausgib, nicht in der Position, mich um an bestimmten Helden extra zu bemühen, aber es ist jetzt nicht so, dass er mich besonders weiterbringen wird und dementsprechend ziehe ich da jetzt nicht. Ich wäre eher gewillt, hätte Sobek in der Normalversion gelevelt. Ich weiß gar nicht, ob ich ungelevelt habe, aber wir glaube, ich habe nicht einmal ungelevelt. Natürlich würde mir das dann eher reizen, dass ich das Kostüm mal vielleicht auch irgendwie besorgen probiere. So ist es aber so, es reicht mir nicht ganz. Obwohl das Norme vom Damage Output sehr gut mithalten kann mit ganz aktuellen anderen Helden. Und es gibt noch einen Vorteil, den ja diese Kostümhelden da jetzt haben. Wir haben den Kostümbonus dabei und wir wissen ja inzwischen, dass solange weitere Kostüme für das Portal rauskommen werden und da sind nur einige Helden ausständig, solange wird auch der Kostümbonus zumindest leicht in Stufen erhöht werden, damit die Helden interessant bleiben. Schauen wir uns, wer kommt noch. Also, wer kommt noch. Seht unspannend. Kufo für Spieler wie mich. Interessant. Papyrus bisher. Unsere Helden liegt mir davon, wie das Special vom Kostüm dann ausschaut. E.S. für Titanen, Capri, es sind nur einige ausständig, Bastet, Consho, doch etliche. Das heißt, er ist nicht ein bisschen zukunftssicherer als die meisten anderen Helden, die man so jetzt vielleicht ziehen könnte. Trotzdem, für mich ist es nicht, ja, wie gesagt, ihr seht, ich habe ein paar Münzen aufgehoben, ich warte auf Helden, die mir vielleicht mehr bringen. Wir aber nicht schlechtes, wir werden sagen. Also, wie gesagt, mit Schaden, es kommt da an die aktuellen Helden heran. Jetzt geht es zum Super Elementarportal. Für mich ein Rätsel, warum da OneFell drin ist. Aus zwei Gründen. Einerseits, ich meine, das ist jetzt nicht ganz was Neues, weil das hat es bei anderen Super Elementarportalen jetzt auch schon gegeben, dass ein nicht Super Elementarheld gefeatured ist. Ist komisch, weil es gibt nicht so viele Super Elementarhelden bisher. Aber doch immerhin, was sind das da vier andere, die nicht gefeatured sind. Niki war überhaupt das Arme dabei. Habe jetzt überhaupt schauen müssen, was sie überhaupt macht, weil ich nie was von ihr sehe. Das ist der eine Grund, warum muss so ein anderer Helden dogefeatured sein. Der zweite Grund ist, dass Hornfeld ein Solalah-Held ist. Also, eh natürlich, er macht ordentlich Schaden. Ja, jetzt wissen wir, warum seine Stats aktualisiert worden sind bei anderen letzten Patches, weil er da gefeatured werden hat sollen. Aber es ist, auch wenn die Fähigkeit so interessant ist, das mit schlägt den Gegner nieder. Das ist interessant, aber ich glaube, es ist nicht ausreichend stark, dass er jetzt ein absoluter Top-Held ist. Sicher, er macht viel Schaden, aber es gibt andere schnelle rote Helden, die machen auch ähnlich viel Schaden und haben was wertvolleres da als Zusatzfähigkeit drin. Also, ein Domi Ventus zum Beispiel und ist sicher nicht der einzige. Wobei, ich war ja in Summe, also auf keinen Fall will ich jetzt damit sagen, dass Hornfelder schlechter Held ist. Vor allem jetzt aus aktueller Sicht, seitdem er eben gebaft worden ist. Ich habe sogar noch ein Hornfeld völlig ungelevelt, den habe ich damals gezogen. Ich glaube nur trotzdem, dass ich nicht jetzt dann, naja, wenn es das als Schwerungskern war. Also, es ist auf keinen Fall schlecht, möchte ich nicht damit sagen. Er ist ein solider Held, aber für mich hat er nicht den Riesenreiz, sage ich einmal. Aber jetzt neu, Asche, komischerweise, Esch auf Englisch, also gar nicht komischerweise, logisch. In dem Zusammenhang, warum manche Sachen übersetzt werden, manche nicht, ich verstehe es nicht, warum kann er nicht Esch hassen, warum muss beim letzten, bei den Astral-Elfen, gibt es jetzt eine, wir haben jetzt die letzten Moon, irgendwas, ja, egal, die letzten beiden Helden, jedenfalls Starless und irgendwas Moon, so und so, sondern nicht übersetzt worden. Und die anderen, fast alle anderen Astral-Elfen, sind übersetzt worden. Ein Lemonwood muss ein Citros-Holz werden, es ist einfach, hat keine Linie und das zippt mir an. Es sollte alles gleich sein. Meiner Meinung nach sollten es die Namen auf Englisch lassen, wenn es das, damit es vor allem einfacher ist, gerade für mich, wo ich auf Deutsch die Videos mache, aber meistens auf Englisch gespielt habe oder mit anderen, mit englischsprachigen Spielern rät. Aber gut, das ist jetzt am Rand. Esch und Asche wird man gerade noch schaffen. Lesen wir ganz schnell durch. Mittelschnell verursacht 150% Schaden an neun zufälligen Gegnern. Der Schaden wird für jeden Feuerschild auf dem Feld um 5% erhöht, bis zu 200% pro Treffer. Alle getroffenen Ziele erhalten minus 35% Verteidigung gegen Feuer und eine weitere 5%ige Verringerung jedes Mal, wenn es während 4 Zügen getroffen wird. Da gar nicht unwichtig Special Boost, auf das komme ich dann noch zurück. Gute Klasse Schurken, ja. Und natürlich die Fähigkeiten, die die Superelementarfamilie hat, allen voran die Truppenmeisterung. Kurz, wenn man es sich überlegt, ist es so ziemlich eine Mischung aus der neunköpfigen Bestie. Und da gibt es ja auch noch den Wächter-Elefanten. Und Pfarrer, und zwar in fast jeglicher Hinsicht. Andererseits fix neun Schüsse wie bei der neunköpfigen Bestie. Und die ist ja langsam. Und Pfarrer ist schnell, das heißt mittendrin ist mittel. Und Pfarrer macht zwar nicht fix nur ein Schüsse, aber Pfarrer hat dafür die untere Fähigkeit. Alle getroffenen Ziele erhalten minus 35% Verteidigung gegen, bei Pfarrer ist es gegen Lila, gegen Dunkel. Oder wie sagen sie sonst? Blödsinn, ja. Tag. Ja, und da ist es halt gegen Feuer. Jetzt rein geschichtlich kann man sich schon mal denken, dass jetzt dieser Held Asche für gewisse Nischen einfach richtig stark sein muss. Weil, ja, egal wie man es jetzt zusammen schustert, die beiden Helden, es ist offensichtlich stark für die Darnen, aber sowieso. Und auch vielleicht für Türme. Wenn wir schauen, ob das jetzt, ob jetzt Asche wirklich stärker, eigentlich soll es fast eine Spur stärker sein als die neunköpfige Beste, die ihr zum Beispiel über den letzten Turm gewonnen mit neunköpfiger Bestie im Team für die letzten 15 Levels. Asche hat verglichen mit der Beste natürlich ganz aktuelles Daz. Und wird das aber halt fast immer mehr sein. Und ja, je nach Situation, wo man es einsetzt, jetzt wird es eher Richtung 200 gehen oder unten ungefähr bleiben. Ich sage, wenn man jetzt betrachtet, was ja für die meisten das Wichtigste ist, Krieg, Turniere, irgendwas vor einem Krieg, kann man sich ja meistens dann einsetzen, zumindest aktiv im Angriff, meistens erst, also zu einem Zeitpunkt, zudem nicht mehr allzu viele Feuerschilde liegen. Da wir es halt im Schnitt der Schaden, irgendwas 165, 170 pro Hit sein. Bei mythischen Titanen zum Beispiel ist es ja sehr oft, da spielt man mit Schriftrollen und so weiter. Da wird es in der Praxis meistens eher Richtung vollen Schaden gehen. Da werden eher mehr als sieben Steine im Schnitt am Tisch liegen. Bei Türmen wird es genau in der Mitte drin sein, weil das sind eben die Einsatzgebiete, die für Asche interessant sind. Dann sagen wir halt bei 175. Allgemein ist das natürlich deutlich mehr Schaden als bei der neunköpfigen Beste. Das können wir uns gerne anschauen. 1,663, jetzt gehe ich raus auf meine neunköpfige Beste. Das 1,663 ist jetzt nicht ganz fair, weil meine Beste natürlich, wie fast alle Helden, bei mir noch keine Meisterwappen kriegt. 1,2,12, das wäre also 1,3,62 mit Meisterwappen. Ist aber ein großer Unterschied, irgendwas, ich weiß nicht, über 20% auf jeden Fall mehr. 23% mehr Angriff beim anderen Helden. Jetzt haben wir bei der neunköpfigen Beste, fix 160. Im Schnitt für die meisten Gebiete wird auch der Schaden höher sein. Wie hoch genau, Situation zur Situation, ist das anders. Aber ich glaube, wir können ungefähr mit 180% rechnen, dass im Schnitt vielleicht 6 Steine liegen von der Farbe. Ja, die Beste hat als großen Vorteil da, dass 40% Angriff dazu kommt auf alle Helden. Das ist auch nicht ganz schlecht, dass sie schneller geladen ist oder öfter geladen ist. Gerade auch beim Turm ist das oft gar nicht so unpraktisch. Halt, da wollt ihr nicht rein. Jetzt schauen wir mal zu Esch, was da schon einmal gut dafür spricht. Für manche Gebiete ist da das Special Boost für die ersten 6 Züge. Ihr merkt, sie bewegen immer mehr weg vom Kriegseinsatz. Der Schaden ist schon hoch und prinzipiell würden viele mittlere Accounts sich in Kriegen sehr gut einsetzen können. Also auch, warum sollte nicht in der DEFA sowas einmal stehen. Vor allem mittelschnell, das ist schon einmal nur ein Unterschied. Und die neunköpfige Beste hat ja manchmal in Kriegen auch einen Einsatz gefunden. Hauptsächlich aber in Kombinationen mit Verzauberungen, weil die neunköpfige Beste kann ja Mana kriegen durch Verzauberungen. Ich sage jetzt, in einem Top-Account wird Asche in einer Kriegstev nichts verdoren haben. Weiterhin natürlich ist sowas viele Treffer auf zufällige Gegner. Ist natürlich immer was Feines gegen Donter, gegen Verspotter. Die werden im Normalfall ausgenockt werden. Weil mit dem Special Boost drauf, jetzt haben wir bei 180 mit Special Boost, wenn ich sage 30 im Schnitt dazu, dann haben wir bei 210. Das macht schon was aus. Neun Hits. Also nicht nur für diesen Donter, der daran stirbt, sondern auch jetzt, wenn ich weiterdenke, auf den mythischen Titanen ist schon einmal mehr Schaden als die neunköpfige Beste er hat. Und interessant ist eben da dann besonders die Zusatzfunktion. Jetzt vor allem eben beim mythischen Titanen. Wenn ich sage, für mich wäre auch der Turm interessant, da bringt jetzt der Teftern gegenüber Feuer nicht viel, weil da sollte normal die Welle dann einmal sterben, wenn Asche eingesetzt wird. Da gibt es kein Teftern mehr. Ich habe mich davor noch einmal informiert. Ich habe ja selbst keine Farrar und habe das vergessen gehabt. Es steht ja auf fünfprozentige Verringerung über vier Züge. Bei Farrar zumindest steigt es nur unter Anführungszeichen auf 60% Teftern. 60% ist natürlich sehr viel, aber es hätte ja theoretisch sein können. Ich weiß nicht, auf 70% viel mehr geht jetzt nicht. 100% Teftern wissen wir, das geht halt an. Sorry, von den Berechnungsformeln her nicht. Ich nehme an, dass das bei Asche auch so sein wird. Ich habe keine Berichte. In meinem Umfeld nimmt man so viel aus, dass er solche Helden zieht. Ich habe noch nichts darüber gehört, aber ich nehme an 60%. Wenn wir uns das anschauen, für einen mythischen Titanen, was es da sonst so gibt an Helden, an Optionen, die wir haben können, jetzt haben wir einmal. Also ganz kurz einmal, es ist ganz klar die beste Option für jeden Titanen, wenn rot die Hauptangriffsfarbe ist. Also sprich, wenn das Ziel grün ist und das kann man ja oft mit Chameleon notfalls erzeugen. Ich wollte zeigen. Bin da unterwegs. Irgendwo da wollte ich mir einen Kuh vorher zeigen. Der hat zwar da steht 41, der kann aber bis zu 8 mal die 4% dazu kriegen. Das heißt, er kriegt bis zu 73% Teftern zusammen. Er hat aber selbst viel weniger Angriff und macht halt im Verhältnis zu der neuen Asche kümmerliche 450% Schaden. Ein bisschen übers Passiv noch, aber viel, viel, viel weniger als Asche. Und was hätten wir als andere Optionen? Es gibt noch, was teilweise als Teftern gespielt wird, also als Farbteftern. Und bei normalen Titanen, bei nicht-mythischen ist das vielleicht oft praktischer. Eine Mariana im Kostüm haben wir 54%, auch schön hoher Angriff. Ja, das sind so die üblichsten. Es gibt natürlich mehr. Aber da ist ganz klar Asche am stärksten. Und das ist ein bisschen relevant, weil ja rot, meiner Meinung nach zumindest, ohne dass es mal genau, aber ich glaube schon, ist die zweitstärkste Titanenangriffsfarbe. An lila kommt nichts heran. Jetzt mit Castille und mit Dunkelfeder und so weiter, das geht nicht. Aber es war rot. Jetzt schon beim letzten mythischen Titanen, der ja, ähm, war gelber, war nicht gelber, war lila, aber habe ich viele Angriffe dann gespielt. Ich habe eben diese ganz starken lila-helden nicht. Ich habe dann einige Angriffe mit rot gespielt, weil das mein stärkstes Team ist. Und so gesehen, wäre für mich Asche schon eine Steigerung. Ich habe nämlich, verglichen mit anderen, also im Moment werden ja die mythischen Titanen von lila dominiert. Da fehlen wir jetzt nicht alle Helden, aber die beiden entscheidendsten fehlen mir, also Castille und Farah. In rot habe ich aber prinzipiell alle Helden, die aktuell die besten werden für den mythischen Titanen oder überhaupt für Titanen halt. Und deswegen ist es für mich schon interessant und deswegen überlege ich mir, ob ich da meine 40 schon seit einiger Zeit aufgesparten Beschwörungen, ob ich die dann ausgeben werde, ich meine, ich habe jetzt noch zwei Tage Zeit, einen Teil davon werde ich schon einsetzen. Das ist immer die Sache. Ich weiß nicht, was zu erwarten ist sonst bei den super Elementarhelden. Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, ihn zu ziehen, sowieso minimal. Aber was Besseres habe ich mit denen vielleicht auch nicht zu tun. Wenn er ärmt sie, dann hätte ich wenigstens für einen mythischen Titanen das stärkste Team aktuell. Das würde mir Spaß machen. Ich denke, es ist schon eine Zeit her, ein paar Titanen, dass ich das sagen habe können. Würde mir Spaß machen. Also nochmal ein Monster für Titanen, vor allem mythische aber auch andere. Und eine gute Option für den Turm im hohen Bereich, für den Turm im hohen Bereich. Ich habe jetzt noch nicht mal überlegt, generell für Events macht es natürlich auch, macht auch sehr viel Schaden für Events. Aber da geht es meistens nicht so entscheidend, ob das ist, da reichen schon die Helden, die es gibt. Da ist jetzt nicht so entscheidend, ob man gerade noch ein bisschen mehr Schaden machen kann. Und dadurch, dass sie mittelschnell ist, oder eher mittelschnell ist, dadurch schon auch in normaler Situation, zumindest zum rausnehmen von Don'tan, von im Angriff daugt man die Verteilung nicht. Jetzt steht ja zufällig neu, wenn ich sage, ungefähr 200% Schaden kommen raus. Das ist viel. Neunmal 200 Schaden, wenn ich mir denke, das wird durchschnittlich auftaucht. Ja, dann werden das irgendwas, weiß nicht, 370% auf jeden Gegner im Schnitt. Aber es ist halt nicht so aufteilt und im Angriff habe ich gern, dass ich meinen Schaden bündeln kann und sagen kann, wer den kriegen soll. Umgekehrt müsste es jetzt natürlich hassen, in der DEV wäre es fein zufällige Schüsse, weil wenn die Schüsse zufällig gehen und dann passiert das auch, dass vom Angreifer zufälliger mal ein Held unerwartet ausgenockt wird. Aber da passt mir wieder nicht, dass der zweite wichtige Teil vom Special Farbdef dann ist. Deswegen für mich ein sehr starker Nischenheld für die Darnen und Events. Aber, also insbesondere Durmherz, das zähle ich immer ein bisschen zu events zu. Aber ich glaube, die meisten Spieler können Asche ignorieren und brauchen sie nicht unbedingt drum bemühen. So, und jetzt abschließend noch, bevor ich mich dann ans füllen der Kisten mache. Und leider, leider wäre immer nicht Werbung schauen. Warum immer geht das bei mir zur Zeit am Handy nicht gescheit. Und am Computer, so wie wir uns jetzt sehen, geht es sowieso nie. Also ich kann es nur am Handy anschauen und da ist dann jetzt gesperrt. Ärgerlich für mich. Neues Überfallturnier und ich probiere jetzt was, dass ich das letzte Mal, wo ich die schlechte Erfahrungen gehabt habe bei anderen. Und jetzt schaue ich einfach, wie das funktioniert. Ob Shark High, ob nicht, also ob vielleicht nicht nur ich damit so Probleme habe, sondern andere auch. Bonusbooster haben, blau ist die starke Farbe. Es würde sich natürlich Kirill anbieten, aber ich bringe es einfach nur nicht übers Herz, mehrere von diesen Viersternhelden doppelt zu breaken. Und nicht doppelt geprägt, soll sie das für mich nicht aus. Also Kirill, ja, als Thun, glaube ich, wäre vielleicht die beste Option. Ihr habt gesehen, jetzt gibt es auch ein Asmiakostüm, das ich noch nicht habe. Das wäre auch bestimmter guter Denk bei den Bedingungen. Ich probiere es jetzt einmal mit Shark High, der für sich ja eigentlich scheinbar nicht viel macht. Ja, normaler Angriff erhöht um 80%, steigert sie dann pro Runde um 20%, kritische Treffer 20%, ja auch nicht so viel. Aber ihr als Angreifer schon ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht, weil es einfach bei Bonusbooster so schnell geht, dass Autohits oder was vergleichbares ganz, ganz hohe Schäden machen. Wenn man sich das überlegt, sagen wir, Shark High löst aus im nächsten Angriff, also im nächsten Zug macht jemand einen Angriff, sind wir bei 100% plus für einen normalen Angriff, plus zwei Verzauberungen sind drauf, sind 140% plus der Held hat noch seine Alpha Bauer drauf, sagen wir die Schuhe in dem Vergegenangriff, sind wir bei 160% drauf, das heißt diese Auto-Attack macht dann nicht 100%, sondern 260% Schaden. Ist ein riesiger Unterschied. Und das gleiche betrifft ja auch jetzt den Lakaien da, der am Anfang schon da ist, der Garnisonswächter von Gregg in der Ecke, der macht dann auch fix jeden Zug, nicht 100%, sondern 260% Schaden. Und mit Glück gibt es an kritischen Treffer Arno und dann ist es sowieso aus für das Ziel. Deshalb, ja wie gesagt, ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ein bisschen störend ist da jetzt, dass ich natürlich meinen Shark High für mythische Titanen auf Angriff geskillt habe. Das wäre für die Funktion als Tank in der Ort wäre natürlich besser defensiv geskillt, aber ich hoffe, das wird keinen so großen Unterschied machen. Wenn er zum Auslösen kommt, und das hängt ja hauptsächlich vom Startbord, vom Gegner ab, wenn das nicht besonders gut ist, dann verliert man sowieso, dann wird er oft auslösen und dann hat er seinen Auftrag erledigt. Dann kann er ruhig sterben, weil dann haben die anderen den Boost, den sie brauchen. Sonsten zwar Tuns, habe ich ganz gerne, das sind meine einzigen beiden doppelt geprägten Tuns, die ich habe. Ich habe die Schuhe jetzt vor dem Turnier, aber nicht extra fürs Turnier, weil ich spiele sowieso oft auf Stufe 25. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich diese Meisterwappen hauptsächlich für 3 und 4 Stern Helden benutzen werde. Bei den anderen Klassen, da ist es ein bisschen schwierig. Würde ich auch prinzipiell Waddles, Krim werden auch Kandidaten sonst, aber da ist es ein bisschen schwierig bei mir. Sowohl, dass ich kaum Wappen habe, teilweise auch, dass es Konkurrenz gibt. Aber ja, schauen wir mal. Irgendwie, ich bin optimistisch, dass Jacques Hay was anstellt, aber natürlich könnte es sein, dass er einfach von gelben Angriffsteams ist. Es ist Lee Shu im Doppelkostüm und Waddles sind einfach so starke Angriffshelden, dass viele Leute gerne im Angriff gelb spielen und natürlich ist es dann blöder, wenn Jacques Hay halt oft an den Steinen schon sterben wird, bevor er auslöst. Gut, das ist meine Herangehensweise an das Turnier. Hoffen wir, dass es gut geht. Und euch wünsche ich auch viel Erfolg im Turnier, eine schöne nächste Woche. Ich bedanke mich bei den Leuten, die mir schon einen schönen Urlaub gewünscht haben. Tatsächlich vorher morgen in der Früh, Montag in der Früh weg, bin dann bis Samstag wahrscheinlich nicht daheim. Was passiert? Am 16. am Dienstag kommt schon wieder, sage ich einmal, das Kostümportal mit Horgal, einem Fan-Favorite, der natürlich immer schlecht war. Aber wo man jetzt schon sagen können, es wird sicher ausgereizt werden, was den Schaden betrifft, dass er vielleicht auch nicht ganz uninteressant kommt. Und mit neuen Kostümen für Sonja, Wukong, Ishtag und Ulma. Ja, Ulma ist im Turnier-Team dabei, im 3-Stern-Turnier-Team, also im Turnier-Entschuldigung, im 3-Stern-Event-Team. Sonja und Wukong könnten beide grundsätzlich interessant werden für gewisse Gebiete. Ja, dann kommt das Allianz-Quest. Ja, aber mal schauen, ob man dann schon an Allianz, ich sage, wir, weil vielleicht Aria mit mir gemeinsam irgendwo hinwechselt, aber wir wissen es nur immer nicht so richtig, wohin. Schauen wir, was passiert. Vielleicht da auch mal bald irgendwo auf, ihr werdet es jetzt sehen. Wie gesagt, schöne Woche. Tschüss.